Frau Schneider, die Solutio GmbH präsentiert sich zur IDS jetzt in diesem Jahr mit einem neuen Look. Was steckt da genau dahinter? Wir Solutianer sind angetrieben von einem gemeinsamen Spirit und unter dem Motto No Limit greifen wir genau diesen Spirit auf. No Limit heißt für uns, offen zu sein, neue Wege zu gehen, Mut zu haben, sich zu bewegen. Und genau diese DNA findet sich in unserem neuen, wandelbaren Flexible Design wieder. Und das O aus unserem Firmennamen Solutio taucht hier immer wieder in verschiedenen Facetten auf und ist grundlegender Bestandteil unserer neuen Markenidentität. In den letzten Jahren haben sie uns viel erlebt, dass wir über unsere Software Charlie berichtet haben, was sie alles leistet. Und dabei war gefühlt der Gepart der Stellvertreter des gesamten Unternehmens. Wir sind in Schwarz aufgetreten, distanziert, vielleicht sogar elitär. Und jetzt wird es Zeit, Solutio mehr Kraft und klare Identität zu geben, damit rüberkommt, dass wir nicht nur Softwareanbieter sind, sondern wir sind ja auch ein attraktiver Arbeitgeber. Wir sind Anbieter von Services. Dazu gehören unsere Seminare, Webinare, E-Learning-Plattformen, unsere Supports, die Schulung. Unsere neue Marke erzählt von unserer Identität als Unternehmen. Über das, was uns Solutianer ausmacht. Und wir leben in unserem Unternehmen Freiraum, wodurch wir unseren Kunden auch Freiraum in ihrem Praxisalltag ermöglichen. Wir sind ein schwäbisches Unternehmen, seit 1992 etabliert und im Geiste jung und dynamisch. Und wir denken nicht ständig über das Was nach, sondern Wie. Wie können wir noch etwas verbessern? Wie können wir das Know-how unserer Gemeinschaft aus Partnern und Solutianern noch erfolgreicher bündeln? Und dabei loten wir so lange Möglichkeiten aus, bis wir die optimalsten Ergebnisse haben. Denn wir glauben daran, dass es immer noch ein bisschen besser geht. Auf welche Produktneuheiten dürfen sich denn Charlie-Anwender jetzt zur IDS freuen? In diesem Jahr erleben uns unsere Kunden nicht nur mit einem neuen Markenauftritt in einer neuen Offenheit, sondern wir öffnen uns noch stärker den Markt, weil wir davon überzeugt sind, dass wir in der Gemeinschaft mit starken Partnern noch besser werden können. Wir wollen unseren Kunden einen bestmöglichen Freiraum und Zeit für das Wesentliche, nämlich ihre Patienten schenken. Und aus diesem Grund werden wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Partnern in 2019 noch mehr intensivieren. Und das zeigt sich schon beim Thema Telematik-Infrastruktur. Hier bauen wir auf unseren starken Partner und ich möchte die Gelegenheit einfach nutzen, für alle Zahnärzte, die noch gar nicht ans Netz gegangen sind, zu unserem Messestand zu kommen, die Zeit hier zu nutzen und sich zu informieren, damit sie pünktlich ihre Komponenten entsprechend der Bestellfrist umsetzen können. Und wir haben als Anbieter die Telekom gewählt und diese gibt ein Anschlussversprechen an alle unsere Kunden. Wenn sie zum 31.03.2019 bestellen, dann haben sie die Möglichkeit, dass sie entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angebunden werden. Zum anderen haben wir unsere Produktpalette um neue Dienstleistungen erweitert, weil wir unsere Kunden noch intensiver unterstützen wollen. Und das wird bestimmt noch eine ganz spannende Geschichte für jeden, der zu uns an den Stand kommt. Welche neuen Dienstleistungen bietet die Solutio GmbH denn außerdem? Zur IDS bieten wir verschiedene Dienstleistungen an, wo besonders Kundenorientierung und Flexibilität im Vogel stehen. Wir haben im Austausch mit unseren Kunden und Partnern festgestellt, dass die Vielfältigkeit von unserer Software Charlie nicht immer vollumfänglich ausgeschöpft wird. Und aus diesem Grund haben wir den Charlie Kompass ins Leben gerufen. Damit können wir unsere Praxen kontinuierlich im Praxisalltag besser unterstützen. Mit den Praxen gestalten wir die Weiterbildung direkt aus. Und Sie haben die Möglichkeit, sich weiterzubilden im Abrechnungssupport, in BWL-Themen, QM, im Praxismanagement, je nachdem, wo Sie den Schwerpunkt legen wollen. Und dazu bieten wir Ihnen einen Mix aus Seminaren, Online-Webinaren, auch E-Learning-Möglichkeiten an. Und wenn Sie das so gestalten, haben Sie die Möglichkeit, den Praxisalltag leichter, mit Charlie intensiver. Und der Praxisalltag wird auch beschleunigt, die Prozesse in ihm. Ein weiterer Bereich ist der altbekannte Fachkräftemangel im Dentalmarkt. Und hier begegnen wir dem mit einem flexiblen Abrechnungssupport. Unsere Mitarbeiter sind versiert in der Abrechnung und haben natürlich das Charlie-Know-how. Und das bieten wir unseren Praxen an. Flexibel, individuell. Also hat eine Praxis einen Ausfall durch Krankheit, durch Urlaub oder kurzfristig können Sie sich bei uns melden und diesen flexibel buchen. Und wir stellen sicher, dass Ihre Abrechnung läuft und das Praxisteam gechillt, entspannt Ihren Alltag weitergehen kann.